Die Welt, sie ist schneller geworden, voller Menschen, die sie gestalten wollen. Sie alle benötigen Raum, einen Rückzugsort, in dem sie wirken können. Schuko liefert ganzheitliche Lösungen, die Qualität, Design, Funktionalität und Planungssicherheit auf einzigartige Weise kombinieren. Und das außen wie innen. Mit unserem Trennbandsystem gestalten wir Räume, in denen wir unsere Umgebung gänzlich ausblenden können. Akustisch getrennt, visuell verbunden. Dank der filigranen Bauweise und des innovativen Designs bietet unser Trennbandsystem alle architektonischen Freiheiten, ohne das Raumflug zu beeinträchtigen. Für Flexibilität und Nachhaltigkeit. Durch Clips und Schraubverbindungen vereinfachen wir die Montage und Demontage und ermöglichen sogar bei Bedarf den Wiederaufbau. Die sortenreine Trennung garantiert die komplette Zuführung in den zirkulären Kreislauf. All die Planer von heute, mit den Plänen für morgen. Zeigt die Erfahrung nicht, dass es meistens die scheinbar einfachen Lösungen sind, unter denen so viel mehr steckt?